So, hier ist wieder das Terrarium. Inzwischen haben wir August 2010. Ich bin gerade zu begeistert von der positiven Entwicklung. Auch das Wasserbeförderungssystem. Der Radlauf muss sich immer wieder frei holen. Der braucht eine Dotation. Oben habe ich noch die Schiene. Das ist der erste Platz. Der Radlauf muss sich immer wieder frei holen. Aber wenn es keine Überschreibungen gibt und sich keine Biber ansiedeln, ist das alles so gut. Und jetzt haben wir das da. Ich bekomme Venusfliegenfallmars. Ich bin gerade noch. Ich bin gerade noch. Ich bin gerade noch. Untertitelung des ZDFjord.